Hallo, was geht ab bei euch auf der Erde? Terafox hier von der Erde. Jetzt spielen wir ein neues Sonic-Fangames von Sailor's Sailor. Wir haben uns geartet auf Sonic-Fangames-IQ. Und zwar Sonic Pursuit. Das fängt schon an. Ja, dieses Lied kommt immer wieder vor. Das startet wieder das Spiel. Ja, geschichtlich fängt es nach Sonic Mania an. Ich habe ein bisschen lange gespielt, ich nehme mal einen neuen. Also, die Story ist nach Sonic Mania aber auch eine gute Besicht. Und jetzt holen sie sich die Ringe. Und dann haben wir die erste Cut ziehen. Dann stürzen wir ab. Ähm... Ampury Island? Was? Keine Ahnung. Aber jetzt hier erstmal... Ja, ganz klassisch. Sonic... 2D... Und... Badniks gibt es hier, die man sich schmettern kann. Und auch Spin Dash. Und jetzt, äh... Es ist der aufgeladen. Glaube ich zumindest. Aber... Keine Ahnung warum der jetzt blau leuchtet. Oh, das ist ein... Checkpoint nehmen wir mal mit. Oh! Kann man gar nicht von unten angreifen. Oh, das... Jetzt gehen wir hier mal runter. Jetzt sind wir unter Wasser. Oh, das ist Luft. So, wieder hier raus. Oh, direkt im Badnik. Nein, das sieht ja gar nicht gut aus. So, wenn wir hier noch ein paar Ringe ein... Ich glaub, der ist statisch aufgeladen. Ich glaub, der ist statisch aufgeladen. Ich glaub, er hat ein bisschen was gelesen in... Spieldateien. Also, was er genau gemacht... Ist mir jetzt nicht klar. Also, man kann jetzt irgendwie besser springen oder so. Wow. Oh, Badniks mit Stacheln. Und davon... Uuuuuh. War ja klar, dass man da ran fliegt. War ja klar. Das war ja wirklich klar, also. So. Na, was glaubts. Irgendwie in den nächsten Checkpoint. Jetzt zieh hoch. Und... Hier sind wir das Ende. Aber jetzt kommt Fang, der Sniper. Der ist jetzt auf der Seite von Robotnik. Bean und Barker haben auch ihren Auftritt. Jetzt sind wir hier auf einem Delfin. Wir müssen irgendwelche Sachen ausweichen. Boah. Torpedos. Wow. Wir schießen die von oben runter. So. Jetzt wir hoch. Oh je. Werde nix. Meta Knuckles ist auch da. Let's do it. Let's do it. So. Verspielt. Was soll man machen? Auf den Kopf hauen? Wow. Dann schießen. Ey. Verfolgt sogar die Rakete. Wie... Hartes Dustin. Wow. Weg damit. Oh. Ja. Das ist der erste Badnick. Äh. Der erste Endgegner. Oh nee. James hat Knuckles wurden gefangen genommen. Oh der Rennweg. Mal auf den Kopf hauen. Ja. Ja. Okay. Das war jetzt wieder einfach. Das war jetzt wieder einfach. Können wir so nen Ring hoch? Ne. Wird das doch nicht nützt sehen. Äh. Aber der erste State Charm wird es geschafft. Ja. Ja. Da kommt ein paar Umwegen. Da kommt ein paar Umwegen. Da kommt ein paar Umwegen. Ja. 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 Wo. Wir gehen mal da hoch. Geh mal hoch. Hier auf die Plattform. Da gehen wir jetzt hoch. Und ähm. Ja. Wir gehen hoch. So. Wow. Bettnick. So. Oh, von oben kann man die gut angreifen. Ah, da sitzt da einer. Grün auf grün. Hab ich nicht gesehen. Wow. Wow, nein. Sind wir wieder darunter gefallen. Oh. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Irgendwas passt nicht. Aber egal. Wir spielen einfach weiter. Oh, Amy ist da. Oh, nein. Oh, nein. Amy ist auch so ein Auftritt hier in dem Spiel. Hier hat hier so ein Auftritt im Spiel. Wow. Wow. Okay. Das ist wieder so ein Endgegner, der irgendwie ziemlich kompliziert erledigt wird. Was ist das jetzt? Oh, je. Sonic on the World Wings. Oh, je. Alles wird pink. Oh, da darf man nicht rein. Da muss man hoch. Hat er da eine Kettensäge oder so? Mein Gott. Wie soll man den so schnell bekommen? Wie soll man den so schnell bekommen? So. Ein Treffer. Oh, nein. Oh, nein. Es kommt wieder dieses... Wenn diese Plattform oben nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt nur einen Treffer. Oh, von der anderen Seite. Oh, jetzt hat Amy ihn erwischt. Oh, der letzte Ring. Der letzte Ring. Immer noch nicht tot. Nicht bekommen. Bier nicht bekommen. Oh, jetzt kommt wieder dieser Strahl. Oh, ich glaube. mit einem Rhein. Zweimal sogar. Einen Ring haben wir noch. Einen Ring haben wir immer noch. Der letzte Ring. Robotik hat einen Ring. Wir haben einen Ring. Das ist das jetzt hier. Es hilft Amy ein paar Hammer. Äh. Okay. Haben wir Amy. Um Amy zu verdanken. So. Na, du guckst du. Up to. Keine Ahnung. Amy hat es erledigt. Vielen Dank. Danke. Oh. Das war's. Das war's schon. Das war's schon. Das war's schon. Okay. Gut. Das war's schon. Okay. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank für's Zusehen. Und, ähm, ja, bleibt gesund. Allen viel Spaß noch auf YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Yeah. Oh. 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 Awesome.